Ein leerer Sockel, da fehlt doch was. Der Körper der Engelsstatue. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Der linke Flügel der Engelsstatue. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Der rechte Flügel der Engelsstatue. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Der Kopf der Engelsstatue. Die Statue ist wieder zusammengesetzt und ein Portal hat sich geöffnet. Die echte Welt muss ganz nah sein, ich kann es fühlen. Ich muss mich beeilen. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Sie haben es weit gebracht, Max. Aber ich fürchte, sie sind nun am Ende. Diese hier brauchen sie sowieso nicht mehr. Sie ließen die Kinder dieser Welt im Stich, so wie ihre Schwester, als sie sie am meisten brauchte. Sie haben nicht genug Mut, sie zu retten. Und auch nicht die Kraft dazu. Sie haben alle enttäuscht. Es ist so, wie ich es immer sagte, Max. Sie stehen sich immer selbst im Wege. Ich muss einfach hier durchkommen. Dahinter liegt die echte Welt. Aber dieses Ding lässt mich nicht vorbei. Was soll ich nun machen? Suche die Wahrheit. Oh.